Piu-Piu Aber das machen wir nicht einfach so, sondern wir haben Wasser Du hast auch Wasser, oder? Ich hab auch Wasser, genau Okay, also wir haben Wasser Das nähen wir währenddessen in den Mund Und wer zuerst lacht, hat dann verloren Ich hab hier einen Kotzeimer für die Felle Eigentlich für die Felle, falls ich mal richtig betrunken bin Was eigentlich nie passiert Einmal in den nächsten Videos auf Wiedersehen Bis dann Ciao Ich hab echt Angst, dass die Olle kommt, Alter Okay Okay, ich mach Warte, du hörst die Flasche? Ja Mich sieht man ja leider nicht Okay Aber wann weiß ich, wann ich starten soll? Machst du dann nichts, oder? Ich starte dann Okay, alles klar, ich bring mir jetzt was im Mund Nix 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 Ja, ich hab's gerade angekluckt Warum? Warum muss ich jetzt schon lachen? Es hat nicht mehr angefangen Oh Mein ganzer Bildschirm ist nass, ich hab nicht mal den scheiß Eimer getroffen, mann, alles ist nass. Meine Tassatur, mein Bildschirm, mein Mikrofon. Was war denn das erste schon, Junge? War von Dark Souls irgendeine Scheiße. Alles ist nass, Junge, alles, wirklich. Alles verkackt, alles verkackt. Mein ganzer Bildschirm ist nass, mann. Der war Auri, ich bin froh, dass ich kein Laptop hab. Ja, Junge, ich hab ein, fuck, ein Meter Diorgonale, Bitch. Dicker, was? Was? Junge, was? Was? Ich hab schon vorher so ein bisschen ausgespuckt gehabt, Alter. Aber da dachte ich so, nimm mal mal weiter. Was ist das denn? Mach mal mit Punkten, dann geht ein Punkt an mich, Alter. Egal, es gehen jetzt schon zwei Punkte an dich, oder nicht? Nee, nee, ich hab bei einem anderen auch gelacht. Und so, jetzt bei dem aber nicht, ne? Nee, also ich hab zwar gelacht, aber ich hab bestimmt mal... Ich kann... Alter. Ich seh das gerade positiv, man. Das erste Mal seit Monaten wisch ich mein Bildschirm ab. Ich kann das nicht, man. Dieses... Ey, mein ganzes Gesicht ist nass. Ich hab mir jetzt in den Eimer sofort geschwuckt und alles kam mir wieder entgegen. Dieses Spider... Dieses Face von dem... Alter. Oh, nee. Was so? Was ist das drin? gg Ich kann mir das nicht wiederholen. Ich habe... du hast sofort am Anfang schon, ne? Ja, weil ich gerülpt hatte und dann war da so eine Explosion im Mund. Ich kann es nicht mal so rein halten. Ich habe es die ganze Zeit... ich habe es so hart versucht, ne? Und irgendwann kam dann diese Explosion einfach. Du musst doch schon bei der Fresse lachen, Alter. Äh, auf einmal hat er eine Spirale... Ich muss mir ein Handtuch holen. Erstens, ich muss richtig pissen. Zweitens, lachen ist keine gute Kombination, Junge. Scheiße. Mit Pissen oder Trinken? Äh, mit Beid! Das ist die dummste Idee, die du je hattest, Alter. Hm. Okay, ich bin ready. Was, ich mache ein Handtuch? Okay, jetzt. ... Jetzt dann glücklich. Okay? Warum muss ich da lachen? Ja, ein Punkt für mich. Ja, Digga, warum? Warum muss ich da lachen, Mann? Ich hab so gedacht, ist überhaupt nicht witzig. Alles nass. Nee, ich kann meine Tastatur gleich in den Müll werfen, Alter. Ich möchte kurz meine Tastatur in die Cam halten. Alles nass. Hinter meiner Tastatur, alles tropft hier runter, scheiße. Ask a child if he or she is choking. Are you choking? Are you choking? You're a fucking idiot. Try me, bitch. John Cena! Oh, oh. Oh, do you think this coffee is strong? You think this coffee is strong? It's a stink. You should be doing that shit, aren't you? Oh my God. Hey there, missy. Where do you think you're going? My only weakness! My balls! How did you know?! Am I glad he is frozen in there and that we are out here and that he is the sheriff and that we are frozen out here and that we are in there and I just remembered we are out here. What I want to know is where is the caveman? I have to ask a question. Me? Yeah, exactly. Is it? Well, I had a little bit of it, but I had about the half in the mouth. Is it already lost or just when everything is gone? When everything is gone. Okay. So, if you really, if you really want to drink it, I can't really drink my drink. I can't really put my thing anymore. It's much too hot. I need a new bandana. Okay. Also, that was so a part where I could be. We have the half achieved. But we are already at 15 minutes. I don't know how to do that. I would say, we do another episode. And that comes with 100 likes. We say, with 100 likes comes the next episode. We can do it, I think. 100 likes is crazy. With 100 likes comes the next episode. I would say, that was it with this video. If you liked it, leave a positive rating. Schaut not by Muffemans. He has no channel. He has no channel. He is the greatest sponsor of this earth. Man sees it. Bye. 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 Bye.